Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich muss gleich am Anfang mal irgendwas... Nicht nur irgendwas... Ich muss gleich zu Anfang mal was machen. Und... Zwar... Äh... Brauche ich... Einen... Knopf. Es gibt einfach Sachen, auf die man selbstständig irgendwie nicht kommt, obwohl sie so einfach sind, dass es echt nur noch weh tut. Das hab ich irgendwie häufiger. Ich hab grad ein Déjà-vu. So, geht das eigentlich auch? Moment. Bähm, was mach ich jetzt? Moment, ich muss mal kurz was ausprobieren. So. Sekunde. Ich verbrauch mal jetzt ein bisschen Stein, weil ich's kann. Kann man das dann eigentlich auch hierhin tun? Ja, das geht. Gut, dann lass ich das so, wenn's genehm ist. Danke übrigens für den Tipp. Ähm... Ja. Hätte ich selbst drauf kommen können. Bin ich aber nicht. Näh, ich bin so schlau. Danke. Jetzt geht's gleich viel besser. Aber ich denke mal, du meintest nicht nur hier, sondern auch am anderen Ende jeweils der Bahn. Ja. Mein Deutsch ist überragend. Ist es für mich? Aber momentan. Ich bin im Internet. Du musst es nicht überall zeigen. So. Gib wieder. Danke. Und dann... Und dann... ...brauch ich... ...hier... ...mit... Nee, dann nehm ich die und wir sie hierhin. Und dann tue ich den Knopf da. Und dann können wir hier gleich losfahren. Und wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle, müsste es oben dann eigentlich auch ziemlich gut halten. Anhalten, dann nicht. So, jetzt setze ich mir in die Dore und... ...Knopf. Knopf. Warte. Geht das nicht? Doch. Wää? Nein, nicht aussteigen. Ich will nicht aussteigen. So, jetzt. Wää? Wieso geht das nicht? Ich stelle mich wahrscheinlich wieder gerade so dumm an, wie man nur sein kann. Aber das geht irgendwie nicht. Warum geht das nicht? Verstehe ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie das Ding funktioniert. Aber ich glaube, so geht das nicht. Waa. Okay, also... Danke für den Tipp. Der Tipp funktioniert irgendwie gerade nicht. Ich denke, es ist ganz... Die Lösung ist ganz simpel. Äh, da bringt sich gerade das Huhn um. Okay. Du wirst hier einfach nicht angebracht. Ah, okay. Du kannst nicht auf... Wieso kannst du nicht... Okay. Backen Hühner eigentlich auf Seelur und Blättern immer um? Oder ist das nur das Huhn hier? Interessant. Gut. Des Weiteren... Habe ich jetzt irgendwie vor... Von der Folge 80 auf Folge... Ich weiß nicht was, zu kommen. Einfach nur, um schneller voranzukommen. Ich freue mich irgendwie schon so auf die zweite Staffel, obwohl ich die erste Rennepferde habe. Ja, das geht mir immer so. Ich freue mich immer auf Sachen, die noch ein bisschen weiter entfernt sind. Und dann... Weiß ich nicht, was... Was ich bis dahin machen soll. Und mach dann irgendwelchen Mist. Und dann ist irgendwie doof. Ja, das bringt's. Weil ich so ein miserables Gedächtnis habe, habe ich mir heute einen Zettel mit... So einen Klebezettel mit Themen, beziehungsweise Themenwünschen an den Bildschirm geklebt. Damit ich sofort weiß, was ich machen will, wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Das hat sich irgendwie gerade total episch angehört, obwohl es das gar nicht war. Und ich gehe nochmal zurück. Weil ich nämlich Feine vermehren möchte. Und scharfe, aber Weizen habe ich schon. Aber irgendwie irritiert mich der Zettel. Ich klebe ihn mal hier hoch. Obwohl er mich da wahrscheinlich immer noch irritiert. Da erzähle ich euch, wie sehr mich dieser Zettel irritiert. Und nachher vergesse ich ihn ohnehin. Ha. Ja, vielleicht sollte ich mir noch irgendwie einen Zettel woanders hinkleben. So am besten auf meine Stirn. Auch wenn ich es da nicht sehe, brauche ich noch einen Spiegel. Also einen auf meine Stirn, damit ich weiß, dass ich auf den Zettel gucken muss, wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ja, so läuft's, wenn man YouTuber wird werden will. Soll. Machen. Ich bin immer noch so ein Genie gewesen, dass ich den Lagerraum eben ganz am Ende gebaut habe. Und nicht irgendwie jetzt schon zum Anfang. Nee. Alter, der Zettel irritiert mich. Ich kann so nicht arbeiten. Okay. Ähm. Karotten. Da werden wohl 18 reichen. Da war jetzt 19, aber es muss reichen. Ich hätte auch welche aus dem Gewächshaus machen können, aber ich bin so ein Genie. Manchmal tut es weh. Nein, ich werde die Hühner nicht sofort schlachten. Ich habe einfach keinen Bockhühner zu schlachten. Ich finde Hühner so niedlich. Da oben fehlt noch was. Oh, ich habe aber nichts. Ich habe nichts dabei, um das zu stopfen. Und es ist gelaufen. Die Schiene war wirklich eigentlich nur hier angebracht. Aber ich wollte halt... Macht schon Spaß mit Schienentechnik. Auch wenn es eigentlich nicht nötig ist, weil man einen normalen Weg hat. Und hier sind fast keine Sorgen mehr. Warum? So, hier habe ich das jetzt nämlich noch nicht. Aber warte. Okay, kannst du mal ein bisschen nach vorne? Danke. Ach, egal. Das war einfach. Dankeschön. Ich könnte jetzt schon mit den Themen anfangen. Aber ich möchte die irgendwie noch aufheben. Ich könnte jetzt darüber reden, dass ich mich mit den Themen noch aufheben will. Yeah. Ja, ich fach's in die ganze Sache irgendwie erst mal rein. Nach einem, ja. Aber für den Erstkanal finde ich's okay. Und es wird auch mein Erstkanal im Leim. Ach, nee. Nein, ich werde keinen Zweitkanal anlegen. Das wollte ich damals sagen. Es sei denn, ich mache irgendwann Valley-Synchro-Videos. Wer auch immer das dann gucken würde, sollte, hätten würden können. Aber so niedliche, kleine sprechende Valley, die von irgendwelchen Idioten gesprochen werden. Äh. Oh, Moment. Ich habe... die Partikel aus. Hängt das jetzt damit zusammen? Ja, damit hängt das zusammen. Ich bin ja so ein Genie. Das tut schon fast weh. Schweinchen-Tiebe. Ich finde es schade, dass man Neugeborene, dass man Tiere nicht einfach so benennen kann, ohne dass man sie aus einem Spawner-Eis spawnen lassen muss, weil... dass man vorher mit einem Amboss beschlagen hat. Weil so kann man die Nachfahren der Tiere gar nicht benennen. Das finde ich schade. Wieso steht ja eigentlich alle draußen? Hä? Ich finde das witzig. Okay, das ist logisch. Okay, irgendwie haben sich die Feinde hier außerhalb sehr vermehrt. Wieso? Die hat durchgeglitscht durch den Zaun, weil die alle hier rumhängen? Oder das ist hier irgendwo offen? Hm. Das ist irgendwie seltsam. Yeah, ich habe Grafikfehler. Wuhu! Ich kann in die Sonne gucken. Oh. Überragend. Mein blaues Schafen. Habe ich mit anderen blauen Schafen. Blaues Schafen, ich weiß es schon. Oh. Ach, das geht jetzt auch? Ah, ich habe mir soeben ein hellblaues Schäfchen gepaart. Ich will jetzt ein noch gelbes Schafen. Okay. Ich habe mir ein blaues Schafen. Ein hellblaues. Okay. If you mean. Eigentlich ist es mir jetzt ja nicht egal. Hauptsache kleine niedliche Schäfchen, die ich mir nachher nie wieder angucke. Wuhu. Ich bin so genial. Wui. Autsch. So, ich versuche gerade irgendwie die Chunkfehler zu vertreiben. Mehr mache ich hier gar nicht. Ich überlege, hier könnte man super einen Bunga... Einen Bunga... Ja, nee, ist klar. Nein, einen Bunker reinbauen, so in den Berg. Das wäre lustig. Warum auch immer ich das tun sollte. Ich wollte doch ein Dorf bauen. So, hier auf die Ebene ein Dorf ist schon nicht schlecht, aber... Mal sehen. Auf jeden Fall erst in der nächsten Staffel. Aber ja, ich werde eins bauen. Das weiß ich schon. Mua. Junkfehler, go away. Junkerror. I don't know. Der Mond ist so echt... Wui, ich bin monstwichtig. Au. Ich rede wahrscheinlich gerade wieder total leise. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist ganz komisch manchmal. Was ist manchmal? Okay, was mache ich jetzt? Ich suche mir eine Höhle und mache mich selbst irgendwie kaputt mit irgendwas. Warum auch immer? Hi! So, wenn wir eine Mine sind, fange ich mit dem ersten Gesprächsthema an. Ich habe zwei zurechtgelegt, eins wurde mir vorgeschlagen und eines habe ich mir selber ausgedacht, worüber ich einfach mal ein paar Worte verlieren möchte. Hm, ich räume jetzt erstmal ein paar Sachen weg, wo ich da reißen bin. Ach so, ich habe keine Ahnung. Ich habe hier noch ganz viel. Oh, ich bin gelogen. Oh, ich habe noch meine Diamanten. Ich schleppe noch meine Diamanten hier mit. Hä? Ungünstig. So viel Redstone. Oh, so viel Redstone. Oh, so viel Redstone. Hoi. Drops. Tintensäcke. Und... Faden. Verrüstung habe ich noch gar nicht. Werkstoffe. Gefäße und Dekorationen. Dekorationen. Ich werde vielleicht wieder einmal mit Wasser brauchen, also lasse ich mir nicht mit. Ein Boot ist auch okay. Ein Werfmann ist auch okay. Ich werde mal das rohe Spinefleisch geben. Gebratenes Austausch. Beziehungsweise werde ich es ungebratene in den Ofen werfen. Oh, ich habe keine Lore dabei, ne? Ja, ich bin ja ja. Wah. 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 Friesern. Wie gut. Okay. Warte, warte, warte. Hui. Naja. Ich muss schneller als Laufen. Ich muss nicht aufhörst mich hinlaufen. Soll ich mich eben? Ach, super. Als Bremse fungiert es schon mal. Wah. Ich lass dich jetzt verstehen, du letzter, ja? Danke. Mal wieder. Mal wieder sein. Deine Lore. Männchen lassen kann sagen meinen Eintoichen cleveren. Wie gut. Kannst uns für die Liebe zu coarse shopping. Wie gut sch professieren n regards设 busy店, 's zu erzählen Sie bei Mor Hindu. Ge dependencies. Vielen Dank.